Es waren drei wohlhabende Männer. Papa hatte auch zwei Frauen. Weil die erste ihn wegen eines Dattel-Importeurs verlassen hat. Da hat er doch schon seit zwei Jahren ein Verhältnis mit seiner um 30 Jahre jungen Zugefrau. Lass meine Mutter aus dem Spiel. Immerhin hatte meine Mutter den Mut, ihr Leben zu ändern, anstatt sich umzubringen. Das Haus in der Schweiz, hat er das eigentlich vermietet? Wenn du damit andeutest, dass du mit deinem Winkeladvokaten dort einziehen willst, dann vergiss es. Freddy wird mich verlassen. Ich bin in diesem Haus aufgewachsen. Diese Tapete praktisch, mein Leben lang gesehen. Wirst du, dass ich krank bin, ja? Sagen wird niemand Ihnen glauben, wenn nicht, glaubt Ihnen Ihre Frau nicht. Und Sie werden Ihnen todsicher die nächsten drei Jahre zur absoluten Hölle machen, denn so lange dauert es nämlich, bis es zur Verhandlung kommt. Und der ganze Spaß kostet Sie 100.000 Dollar. Und der ganze Zeit ist ja, bis es zur Verhandlung kommt. Und der ganze Zeit ist ja, bis es zur Verhandlung kommt. Und der ganze Zeit ist ja, bis es zur Verhandlung kommt. Und ich binط hacia mir. Vielen Dank.